hey ho ja ich mache relativ viele von diesen ukulele tests soundcheck dingsbums ihr könnt einfach auf meinem kanal gucken und dann wisst ihr was ich meine und ich werde wirklich oft gefragt man was spielst du denn da eigentlich für akkorde ganz einfach zeige ich euch ganz am anfang spiele ich in der regel erstmal eine c dur tonleiter die kann man natürlich dann noch weiter rauf spielen c dur akkord das war das dann spiele ich eine akkord folge aus einem stück das heißt zum remember jubes von so einem havianischen knirch so eigentlich hat es die akkorde f dur am 7 b dur und c7 aber war mir ein bisschen zu langweilig deswegen habe ich zum f dur noch die major 7 gemacht dass der kleine finger auf vierten bund c seite so dass wir 2410 haben aus dem am 7 habe ich gemacht 2430 und aus dem b du ein b major 7 und jetzt nehme ich einfach den zeigefinger runter und dann habe ich ein 10 9 13 irgend so ein kram dann geht es weiter ich spiele die akkorde von vorschies to the wind in kopenhagen tom waits manche kennen das als waltzing matilda weil der refrain so geht also das wäre eigentlich ist es auch f dur dann kommt gmol 7 das ist 0 2 1 1 mit zu einem teilbare hier dann haben wir wieder f dur da spiele ich das c hier oben dritter bund noch dazu und dann haben wir ein b dur und wenn mir der kleine finger nicht bricht dann spiele ich in der regel hier oben noch den kleinen finger dazu ja aber es würde auch so reichen b dur dann kommt wieder f ganz lang und dann kommt ein g7 sus4 das ist 0 2 1 3 und das löst sich auch wieder nach gmol 7 und dann kommt ein c7 ans ende den ich so spiele 3 4 3 also das heißt das ganze ding wäre all right dann mache ich nur so ein paar blues töne und danach kommt eine akkord folge die ist zum beispiel verwurstet in juni von ingrid michaelson oder auch im sommer aus papier von anna diepenbusch genau es ist c dur dann kommt ein c7 suspended 4 der zeigefinger kommt auf den ersten bund e seite dann kommt ein a7 allerdings lasse ich den ringfinger hier oben auf dem c liegen und dann kommt ein f dur und auch hier bleibt der ringfinger oben liegen das ganze klingt danach spiele ich so eine übliche jazz akkord folge ein sogenannter quint fall das heißt der akkord rutscht immer eine quint nach unten habt ihr zum beispiel in feifu oder oder please don't talk about me when i'm gone die akkorde sind alle offen ganz normal und ordinär und ganz zum schluss spiele ich eine akkord folge ist auch eine übliche jazz akkord folge zum beispiel kommt sie vor in exactly like you oder ich glaube firm from source oder for five times also das kann man auch an jeder ecke verwenden also wir haben erst ein c major sieben akkord dann ein cis null akkord das wäre dieser hier dann haben wir d7 und g7 allerdings spiele ich das nicht in offenen akkorden sondern spiel es in geschlossenen akkorden das wäre 4 4 3 3 dann 3 4 3 4 und dann rutsche ich mit dem d7 hier rauf 5 6 5 5 das g7 ist dann dieser ok so das war das eigentlich auch schon mehr ist nicht ich hoffe das hat euch gefallen und ihr könnt was damit anfangen wenn ja klickt doch bitte einfach auf like unten wenn es nutzt ihr denkt man weiß die so viel und wie nett dass er so viel mit uns teilt dann klickt doch einfach auf abonnieren von meinem kanal oder empfehlt mich weiter und vielleicht sehen wir uns ja zufällig mal in echt auf irgendeinem meiner workshops oder auf einem festival wer weiß vielleicht wäre auf jeden fall toll in diesem sinne wie es